Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, Episode Nummer 63. Vielen Dank, dass ihr auch heute mal wieder dabei seid. Vielen Dank, dass ihr auch mal heute wieder eingeschalten habt. Ich hoffe, es geht euch wunderbar und ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr könnt dieses wechselhafte Wetter, diesen verrückten April, vielleicht auch schon für die ein oder andere Planung des diesjährigen Sommers nutzen oder vielleicht habt ihr auch schon die ein oder andere Tour unternehmen können. Dann, die Südseiten, die sind jetzt schon erfrischend frei. Ich freue mich darüber, weil jetzt kann ich endlich wieder so ein bisschen unterwegs sein. Haben wir schon letzte Woche darüber gesprochen. Aber klar, natürlich in den Nordhängen ist immer noch der tiefste Winter. Insofern, es ist eben April. Es ist eben auch April Wetter. Es ist jetzt dann bald der Mai und ich hoffe, dass es dann im Mai jetzt richtig aufwärts geht und dass wir dann endlich wieder richtig aktiv in den Bergen unterwegs sein können, auch im Hochgebirge. Ich freue mich schon richtig drauf. Der Schnee, der ist ja heuer wirklich hartnäckig, muss man sagen. Also dafür, dass es doch immer viel warm ist, dadurch, dass es, obwohl es so trocken ist, es ist einfach viel weiß und auch heute hat es erst wieder geschneit und es ist ganz verrückt, ganz verrückt. Der April, der macht, was er will und irgendwie, das ist so ein Motto aus meiner Kindheit und es stimmt dann doch irgendwie jedes Jahr. Naja, heute machen wir eine kurze, eine ganz, ganz kurze, denn sie endet hier, eine ganz kurze Wettervorhersage und Wetterbesprechung. Aber ich hoffe trotzdem, ihr konntet irgendwas Sinnvolles in der letzten Woche umsetzen. Heute müssen wir über ein, für mich persönlich tatsächlich, und das meine ich ganz ernst und nicht nur dramaturgisch, sehr ernstes und wichtiges Thema sprechen. Über ein Thema, das vor allen Dingen mich selber betrifft. Und damit könnte man natürlich sagen, was interessiert euch das? Aber euch interessiert es insofern, oder euch wird es insofern interessieren, weil es euch direkt oder auch indirekt betrifft. Der Anlass für das Thema, ich hatte diesen Podcast so nicht geplant, war eigentlich eine Nachricht, die ich vor kurzem erhalten habe. Diese Nachricht beinhaltete den Inhalt, dass ich eine Touren-Idee eingestreut habe, mal bei einer Nachricht. Ich habe eine Mail bekommen und da ging es darum, ja, was für Touren kann man denn im Raum Tirol schon so machen, Bergtouren. Und da habe ich eben so meine Einschätzung abgegeben und nichts Verbindliches. Ich habe jetzt nicht gesagt, das geht definitiv und super und großartig und ganz easy. Aber ich habe einfach so ein paar meiner Gedanken und meine Ideen eingestreut, denn meine Ideen waren eben gefragt. So, und ein paar Tage darauf, ich habe mir nichts dabei gedacht, ich kriege ständig solche Mails und ich beantworte auch die meisten oder so viele ich eben kann. Und dann habe ich eben eine Rückmeldung bekommen, ein paar Tage später und mit einer Mail, so ein bisschen erzürnt und auch ein bisschen vorwurfsvoll, dass ich hier einen Tipp gegeben habe, das war wahnsinnig gefährlich und es war wahnsinnig herausfordernd und er und seine, ich glaube Partnerin oder Partner, weiß ich jetzt nicht genau, hätten da abstürzen können und sterben können und wieso ich denn solche Tipps gebe. Und ich habe mir das persönlich dann doch sehr zu Herzen genommen, ich habe es mir sehr zu Herzen nehmen müssen, denn es hat sofort in mir wieder eine Emotion ausgelöst, die oder eine Erinnerung ausgelöst, die eigentlich ohnehin jeden Tag bei mir omnipräsent ist. Und deshalb möchte ich diesen Podcast auch als Anlass dafür verwenden, einfach mal über meine Verantwortung zu sprechen und dabei dann direkt dieses Thema da mit einzubauen. Denn ich glaube ja, wir haben als Menschen in der Öffentlichkeit immer eine Verantwortung, auch gegenüber Menschen, die wir nicht kennen, denn wir produzieren Inhalte. Und jeden Inhalt, den wir produzieren, den sehen Menschen und interpretieren ihn. Und für diese Interpretation sind wir nicht direkt verantwortlich, aber wir können sie jedenfalls beeinflussen durch die Darstellung, durch die Dramaturgie, durch die Umsetzung, durch den Kommentar, durch die Musik und so weiter. Wir können jedenfalls sehr viel in unserer Darstellung und in unseren Produktionen beeinflussen. Letzte Woche, und das passt ja fast schon ganz gut dazu, habe ich jedenfalls darüber gesprochen, dass wir ja eigentlich alle so ein paar kleinere Touren und so klassische Touren immer versuchen so aufzuwerten, damit es noch irgendwie dramatisch ist, damit man ein paar Klicks mitnehmen kann. Die großen alpinistischen Leistungen werden damit direkt entwertet, obwohl man darüber gar nicht spricht, aber die Relation verschwindet eben sehr schnell. Und genau das möchte ich auch heute so ein bisschen nochmal aufgreifen, denn es bringt mich so ein bisschen auf dieses Thema. Wir sind, also mit wir meine ich jetzt die Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und in der Öffentlichkeit sprechen. Das sind YouTuber, das sind Instagram-Influencer, das sind Leute, die auf Facebook sind oder auf, was weiß ich, TikTok. Ich weiß nicht, ob es Bergsport auf TikTok gibt, keine Ahnung. Jedenfalls, wir haben eine Verantwortung für diese Inhalte und wir sind direkt auch dafür verantwortlich, was mit diesen Inhalten passiert, wie diese Inhalte wahrgenommen werden. Man redet es sich gerne aus, man redet sich gerne aus darauf, dass die Menschen ja immer für sich selber verantwortlich sind und dass die Menschen mit den Inhalten ja selber irgendwie umgehen müssen und mit den Infos und den Kommentaren und so weiter, die man kriegt. Aber ich würde es mir an dieser Stelle, oder ich persönlich will es mir an dieser Stelle nicht so leicht machen. Ich glaube, viele Influencer machen das gerne. Sie sagen, das ist ja nicht mein Problem und ich haue da einfach ein Disclaimer vorne weg und dann passt das. Und auch darüber haben wir schon mal gesprochen, dass ich das nicht in Ordnung und problematisch finde. Aber ich möchte das an dieser Stelle nochmal etwas ausweiten und sagen, ich persönlich fühle mich auch dafür verantwortlich, wenn ich jemandem einen Tipp zu einer Bergtour gebe und diese Bergtour läuft dann nicht so wie geplant. Diese Bergtour entspricht nicht ganz dem, was sich diese Person vorgestellt hat, weil diese Person von mir anderweitige Infos bekommen hat. Natürlich gebe ich die Auskünfte nach bestem Wissen und Gewissen und ich würde niemals irgendjemanden einfach in eine blindlings, in eine Gefahr laufen lassen. Ich gebe natürlich auch Auskünfte vollständig und sage, hey, ich weiß nicht über alles Bescheid. Ich weiß nicht alles über diese Tour zu den aktuellen Verhältnissen. Aber ich kann sagen, dass es bis zu dieser Höhe auf einem Berg, der genauso hoch war beispielsweise, eben keinen Schnee gab, war auch südseitig und so weiter. Ich kann Referenzen liefern, ich kann vielleicht auch einen Erfahrungsbericht, der zwei Wochen alt ist oder sowas nochmal angeben. Aber das alles ist natürlich dann immer nicht perfekt repräsentativ und die Menschen, die mich nach Ideen und Tipps fragen, die kennen mich nicht und ich kenne sie nicht. Und wir können uns also auch gegenseitig sehr schlecht einschätzen, was Kenntnisse, Erfahrungen und so weiter betrifft. Jedenfalls bin ich aber grundsätzlich immer ein etwas vorsichtigerer Mensch im Gebirge, sodass vor allen Dingen meine Tipps auch meist etwas zurückhaltender sind und die Leute in der Regel auch ganz gut durchkommen. Nun ist es mir eben passiert, dass ich auch einen Tipp gegeben habe, bei dem eine Person eben nicht gut durchkam und die zwei eben wieder umkehren mussten, damit sie sich nicht in weitere Gefahr begeben. Ich persönlich schätze das sehr, denn ich glaube auch, dass ich mit meinen Videos auch einen Beitrag dazu leiste, dass man umdrehen sollte, wenn es nicht mehr passt. Ich möchte ohnehin irgendwann einmal über die Kultur des Scheiterns sprechen, dass es eine Kultur ist, die wir mal wieder höher aufleben lassen sollten. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Ich habe damit einen Fehler gemacht, den viele Leute jetzt sagen würden, dass ich den eigentlich gar nicht gemacht habe, sondern dass es immer noch in der Verantwortung der Person liegt. Und vielleicht stimmt das auch. Vielleicht ist es nicht meine Schuld, dass diese Person eine unbefriedigende Tour erlebt hat, weil sie wollte nur einen Tipp und meine Tipps sind unverbindlich und ich garantiere für nichts und ich gebe eben Auskünfte nach meinem besten Wissen und kann für nichts garantieren, kann ich dafür garantieren, dass die Verhältnisse dann letztlich auch stimmen und passen oder dass die Person damit zurechtkommt. Auf der anderen Seite hat es mich angeregt, über etwas nachzudenken und jetzt hier an dieser Stelle auch darüber sprechen zu wollen, was mich eigentlich jeden Tag begleitet, seitdem ich ein paar Menschen mit meinen Inhalten erreiche. Egal, ob es der Bergsteigengrundlagenkurs, der Hochtourengrundlagenkurs oder in Kürze hoffentlich wieder der Klettersteiggrundlagenkurs ist, auch bei den Informationen über Ausrüstung, auch bei den Informationen über Produkte, auch bei Tests, auch bei Training für die Berge, bei allen Formaten, die ich bis jetzt immer gemacht habe, sitze ich mit bestem Wissen und Gewissen dahinter und ich stehe zu den Inhalten, die ich produziere. Das ist meiner Meinung nach ganz wichtig, weil man sich sonst irgendwann ja auch nicht mehr in den Spiegel schauen kann. Ich weiß, dass es viele Menschen, auch auf YouTube gibt, die sich sehr bewusst verstellen und versuchen, ein Bild zu vermitteln, das die Community eben sehen will. Sie wollen sozusagen den Leuten den Spiegel vorhalten, denn dann geben sie am meisten Klicks, dann geben sie am meisten, keine Ahnung, kaufen sie am meisten Merchandise und so weiter. Die Menschen passen sich also ihrer Zielgruppe an, um dann eben eine möglichst große Reichweite zu haben und möglichst viele Menschen zu erreichen. Auf der anderen Seite möchte ich eben genau das nicht. Ich möchte nicht hinter dem stehen, was die Community sehen will. Ich möchte nicht hinter dem stehen, was, also das ist natürlich blöd formuliert, natürlich will ich hinter dem stehen, was die Community sehen will, aber ich mache nicht alles, nur damit ich Klicks bekomme, nur damit ich irgendwie eine Reichweite erziele. Das ist eben nicht Sinn der Sache. Und auf der anderen Seite möchte ich aber natürlich auch, dass viele Leute die Inhalte zu Gesicht bekommen. Hier steht natürlich auch wieder die Frage im Mittelpunkt, wie formuliere ich Dinge und wie bringe ich Dinge rüber, wie präsentiere ich Dinge, damit sie von vielen Leuten gesehen werden. Nicht unbedingt, um möglichst eine große Reichweite zu haben, um gefeiert zu werden, sondern vor allen Dingen, weil ich eben möglichst vielen Menschen helfen will. Und ich glaube, dass viele Leute meine Videos oder gewisse Videos, die ihnen helfen könnten, noch nicht gesehen haben, weil sie es eben noch nicht interessiert hat oder weil sie noch nicht auf mich gekommen sind und so weiter. Aber ich glaube, dass eben, und so dreist bin ich jetzt und so überzeugt von mir selbst, unter Anführungszeichen bin ich, dass das ein oder andere Video einem gewissen Menschen oder einer gewissen Person eben helfen könnte, bevor sie in die Berge geht, vielleicht das erste Mal in die Berge geht, vielleicht auch das hundertste Mal in die Berge geht, vielleicht wegen einem Produkt, das ich getestet habe, vielleicht wegen einem Tipp aus einem Grundlagenkurs und so weiter. Ich bin überzeugt davon, dass es eben diese Menschen gibt, die davon profitieren können und denen es helfen kann. Natürlich ist aber die Plattform YouTube beispielsweise, aber auch andere Social Media Plattformen wie Instagram und Co. sind natürlich anfällig dafür, dass man schnell mal in eine Art, ja, ich sage jetzt mal, reichweitenstarken Content verfällt. Dass man einen Content macht, der polarisiert, dass man extreme Sachen macht, weil man weiß, dass diese Dinge mehr Aufmerksamkeit bekommen. Und genau das versuche ich eigentlich immer zu verhindern, dass ich eben nur das mache, was Klicks bringt, was Aufmerksamkeit bringt, einfach nur, damit ich es habe und einfach nur, damit die Leute mir zugelaufen kommen. Ich finde, die Qualität steht immer über der Quantität und ich glaube, dass es immer wieder schwierig ist, auch in der Qualität so hoch zu arbeiten, wie ich es jetzt tue. Ich sage jetzt nicht, dass ich die höchstmögliche Qualität, die es überhaupt geben kann, liefere, aber die höchstmögliche Qualität, die ich gerade liefern kann. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das tut. Und natürlich ist mein Content nicht immer absolut lustig und absolut der Brüller und keiner kriegt einen Adrenalinschub nur vom Zusehen. Aber ich glaube, dass diese Inhalte oftmals einfach hilfreich, unterhaltsam und interessant sind und ich damit aber auch so einen gewissen Safe Space habe. Mein Safe Space endet aber da, wo vielleicht der Safe Space von Leuten, die sich irgendwie in der Eiger-Nordwand und sonst was filmen, noch nicht endet. Beziehungsweise wir haben einen anderen Faktor, der kritisch werden kann. Für mich ist es kritisch, wenn solche Leute, solche Szenen zeigen, wie sie, keine Ahnung, in der Watzmann-Ostwand oder in der Eiger-Nordwand oder was weiß ich, sich filmen und dabei ins Mikrofon brüllen, dass sie extrem sind und dass alles extrem cool ist und hart und so weiter. Auf der anderen Seite ist für mich aber auch ein problematisches Szenario, wenn ich persönlich nicht hundertprozentig sicher sein kann, dass die Inhalte, die ich produziere, auch wirklich alle Leute ansprechen und damit ist natürlich auch ein gewisser Erfolgsdruck verbunden und auch ein gewisser Druck abzuliefern. Ich kann da an dieser Stelle auch ganz persönlich sagen, ich sitze jedes Mal, bevor ein Video tatsächlich online geht, sitze ich da und überlege nochmal, ob ich wirklich alles getan habe, damit dieses Video die bestmögliche Version des Videos selber sein kann. und ich habe schon diverse Videos auch wieder verworfen. Ich habe, ich würde jetzt mal schätzen, ich habe jetzt keine genaue Zahl, aber ich würde schätzen, 30, 40, 50 Videos komplett fertig produziert, nur um sie kurz vor Release zu löschen, weil ich einfach der Meinung war, es ist nicht das, was dieser Content, was dieser Kanal repräsentiert, es ist nicht das, was die Leute sehen sollen. Natürlich moderiere ich und erarbeite redaktionell damit im Prinzip, was Leute zu sehen bekommen sollen. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass es wichtig ist, die richtigen Leute mit den richtigen Inhalten zu erreichen. Und meine Zielgruppe ist für mich immer schon gewesen, möglichst viele Menschen im Bergsport, bergsportbegeisterte Menschen abzuholen, die sich für die Grundlagen interessieren, die sich für den Einstieg interessieren, die sich vielleicht auch für fortgeschrittenere Themen interessieren, die sich für Kultur, die Kultur des Bergsteigens vor allen Dingen interessieren, für Geografie, für Geschichte. Menschen, die einfach den Bergsport ganzheitlich verstehen wollen und nicht nur einfach einzelne Aspekte wie, wie krass ist eigentlich die Eiger Nordwand. Deshalb beantworte ich mittlerweile auch nicht mehr so plumpe Nachrichten wie beispielsweise, hey, was für Schuhe brauche ich für Similaun? Das ist einfach für mich nicht wirklich die Auseinandersetzung mit dem Thema. Natürlich helfe ich gerne, wenn Leute Hilfe brauchen und das mache ich immer noch. Aber mir gefällt es nicht so gut, wenn Leute einfach ein Ziel haben und sich dann einen Bergführer buchen und dann sich überhaupt nicht mit dem ganzen Thema auseinandersetzen, sondern es einfach nur um dieses Erfolgserlebnis geht, einfach irgendwo oben stehen zu können und darüber dann prahlen zu können. Und deshalb ist meine Zielgruppe wohl eine andere als bei anderen YouTubern oder bei anderen Leuten auf Instagram oder, keine Ahnung, TikTok vielleicht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls möchte ich darauf hinaus, dass ich natürlich immer wieder, jeden Tag im Prinzip, nicht Bauchschmerzen habe, aber auf jeden Fall jeden Tag ein mulmiges Gefühl, weil ich jeden Tag an der Produktion der Videos sitze und jeden Tag überlegen muss, ob das kommende Video interessant ist, ob das kommende Video wirklich ausschließlich Aussagen beinhaltet, die so auch vor Gericht bestehen könnten. Ich verbringe sehr viel Zeit auch mit Recherche im Internet, aber auch sehr viel Recherchezeit in der Literatur, in Fachliteratur, weil jede Aussage, die ich tätige, wird auf die Waagschale gelegt. Und das sehe ich ganz oft in Videos, in denen mir ein kleiner Fehler unterläuft, in denen in meinen Recherchen mir eine Unachtsamkeit passiert und ich sie falsch notiere, für den Dreh beispielsweise. Ich ärgere mich über jedes Video, in dem mir ein Fehler unterläuft und ich dann teilweise 10, 15, 20 Kommentare darüber bekomme, dass hier mir ein Fehler unterlaufen ist und dass ich da Blödsinn geredet habe. Ich stehe dementsprechend auch unter einem gewissen Leistungsdruck, unter dem andere YouTuber definitiv nicht stehen, denn andere YouTuber geben auch nicht diese Art von, ja, Garantie ist es ja nicht, aber nicht diese Art von Aussage ab, dass sie versuchen, Menschen etwas beizubringen und Personen irgendwas zu vermitteln und weiterzubilden. Das ist aber mein persönlicher Anspruch und der ist sehr, sehr hoch und an dieser Stelle muss ich auch sagen, mir dürfen hier eigentlich auch keine Fehler passieren. Natürlich ist es aber irgendwo auch menschlich, dass hin und wieder mal ein Fehler unterläuft. Es ist menschlich, dass man hin und wieder bei der Recherche vielleicht eine Art oder eine Sache falsch verstanden hat, falsch gelesen hat, zu schnell drüber gelesen hat und das dann einfach schnell notiert hat, weil auch bei mir sehr, sehr viel Stress und Druck auch im Alltag vorhanden ist und somit nicht alles immer zu 100% perfekt läuft. Auf der einen Seite ist das jetzt keine Entschuldigung und auch keine Ausrede, auf der anderen Seite ist es aber auch die Realität des Lebens, dass man nicht ständig überall zu 100% bei der Sache ist und manchmal auch waghalsige Aussagen macht, obwohl man das eigentlich gar nicht so einschätzt oder so machen will. Manchmal passieren einem auch einfach dumme Fehler und traurigerweise weiß ich auch wirklich von jedem Video, in dem ich im Nachhinein gemerkt habe, boah, da hast du aber Blödsinn gesagt oder boah, da ist dir jetzt erst ein Monat später, als du nochmal reingeschaut hast, was aufgefallen, was kompletter Schwachsinn war und das ärgert mich dann im Nachhinein und meistens stelle ich das dann auch in den Kommentaren und so weiter nochmal richtig und entschuldige mich auch bei den Leuten, die mich darauf aufmerksam machen, dass mir solche Fehler passiert sind und gleichzeitig ist die Verurteilung aber wahnsinnig groß. Ich werde teilweise beschimpft dafür, dass ich Sachen falsch gesagt habe oder mich schlecht ausgedrückt habe. Ich möchte auch an dieser Stelle daran erinnern, dass ich, und das gebe ich auch gerne zu, denn ich stehe auch zu diesen Fehlern, die ich gemacht habe in den Videos teilweise, dass ich bei dem Sonnenbrillen-Video, als es in dem Ausrüstungsvideo um Sonnenbrillen ging, da habe ich gesagt, dass die Lichtstärken beziehungsweise die Sonnenbrillen-Stärken, die Kategorien, die bezogen auf das UV, auf die UV-Strahlung sind, aber in Wirklichkeit sind sie das nur auf die Lichtstärke, auf die Lichtintensität und dieser Fehler, der ist mir passiert, weil ich einfach in den Recherchen dazu zu dem Thema auch nochmal wirklich zu wenig Zeit reingesteckt habe und nicht nochmal drüber gelesen habe. Ich habe das abgedreht, das Skript und dann ist es einfach so in der Produktion verschwunden und ich weiß, das können sich viele Leute nicht vorstellen, dass solche Schnitzer, solche großen Fehler in der Erklärung einfach so durchrutschen, aber wenn man mal 100, 200 Videos produziert hat, dann kommt man in gewissen Bereichen auch in so einen Rhythmus rein, dass einem der ein oder andere Fehler schnell mal durchrutschen kann und das passiert nun mal und ich persönlich fühle mich dafür dann aber doch verantwortlich und schlecht und deshalb heißt dieser Podcast auch heute meine Verantwortung, denn ich persönlich fühle mich deshalb schlecht, weil es meine Verantwortung ist, wenn Leute mit dem Wissen, das sie aus meinem Kanal heraus beziehen, in einen Laden gehen und sich dann etwas kaufen, weil sie der Meinung sind, dass ich sie davon überzeugt habe, dass sie das brauchen oder einen Kauf doch lieber lassen, weil ich sie davon überzeugt habe, dass das Produkt vielleicht nicht so gut ist, wie sie sich vorgestellt haben. Auf der einen Seite möchte ich eine Hilfestellung für die Leute sein, in fachlicher Hinsicht, in Beratungshinsicht, in der Hinsicht der Produktberatung und auch der Ausrüstungsberatung und auch in Hinsicht der Informationen und der lehrreichen Videos, die einem einfach ein paar Aha-Momente bescheren, die einem vielleicht helfen, irgendwann selber mal unterwegs sein zu können in den Bergen und man sich denkt, ach, guck mal, da hinten, da steht das Matterhorn, da habe ich ja das mit dem Edward Wimper und so weiter, das habe ich bei der Alpenbeck Academy gesehen und dabei geht es mir übrigens überhaupt nicht darum, irgendwo erwähnt zu werden oder das in den Köpfen der Leuten zu sein. Im Prinzip kann das Ganze auch ohne mein Gesicht oder sonst was stattfinden. Ich habe keinerlei Geltungsdrang, was diese Informationen betrifft. Ich möchte sie einfach nur bereitstellen, damit Leute irgendwie davon profitieren können, weil ich einfach aus eigener Erfahrung weiß, wie mühselig es ist, sich durch Bücher durchzuwühlen, Kurse zu machen, die vollkommen für den Arsch sind. Irgendwelche Filme und Dokus sich anzusehen, obwohl man in dieser Intensität sich vielleicht mit einem Thema gar nicht auseinandersetzen will. Wenn man einfach nur in 10 Minuten runtergebrochen ein bisschen was über einen Berg erfahren will, über die Annapurna oder über den Aconcagua oder den Cerro Torre. Das kann ich eben gut nachvollziehen und deswegen möchte ich in Wirklichkeit einfach nur das Sprachrohr für genau diese Themen sein und das hat dann letztlich gar nichts mit mir zu tun und das macht es für mich auch so schwer. Ich persönlich kann das Lob, das ich bekomme und ich bin euch sehr dankbar dafür, dass ihr diese Inhalte so großartig findet scheinbar, zumindest viele von euch. Ich kann dieses Lob mir nicht wirklich persönlich zusprechen. Das gebe ich gerne zu, weil ich glaube, dass ich da sehr austauschbar sein könnte. Ich will da auch realistisch sein. Ich gebe diesen Informationen eigentlich nur den passenden Rahmen, die passende Kulisse im Prinzip. Ich bin nichts anderes als ein Regisseur und Produzent und Darsteller zugleich. Auf der anderen Seite ist die Kritik aber ganz direkt treffend, denn ich bin eben auch der Drehbuchautor unter Anführungszeichen und für die Recherchen zuständig und damit ist Kritik eigentlich oder zumindest wenn ich Fehler mache, ist das eigentlich ein Schlag ins Gesicht für mich. Aber ein Schlag, den ich natürlich auch vollkommen zurechternte. Und das hat überhaupt jetzt nichts mit irgendeiner Selbstbemitleidung oder sowas zu tun. Ich möchte nur erklären, auf was für einem Standpunkt ich persönlich stehe, wenn ich Videos veröffentliche, wenn ich auch Tipps gebe. Es passiert im Hintergrund, hinter den Videos, die ihr jede Woche zu sehen bekommt, passiert noch ganz, ganz viel anderes. Es passiert auch, dass ich sehr, sehr viele Gespräche mit Leuten führe, dass ich sehr viel am Discord, auf unserem Discord-Server, auf dem Alpenberg-Academy-Discord-Server, Gespräche führe über diverse Themen, über das Bergsteigen und so weiter, kontroverse Diskussionen auch schriftlich führe. Ich gebe sehr, sehr viele Tipps. Ich gebe sehr viele Produkttipps, sehr viele Tourentipps und so weiter. Und wenn mich Nachrichten wie diese dann erreichen, wie anfangs angesprochen, dass er sehr enttäuscht von meinem Tipp war, weil das ging dann alles schief und das war nicht so schön wie vorgestellt und so weiter, dann geht mir das insofern nahe, weil ich dann immer noch direkter erkenne, dass ich eine sehr große Verantwortung habe für alles, was ich den Leuten erzähle. Und ich persönlich hätte nie gedacht, dass ich das selber irgendwann auch von mir sagen muss, aber es gibt sehr, sehr viele Menschen, die mein Wort als Gesetz betrachten. Und viele von euch würden jetzt vielleicht sagen, ja, das ist halt dumm und diese Leute sind selber schuld und es braucht eine zweite Meinung und man ist auch irgendwo immer für sich selber verantwortlich. Aber ich kann diese Verantwortung nicht abgeben. Ich kann, wenn Menschen der Meinung sind, dass wenn ich etwas sage, dann ist das zu 100% richtig, dann kann ich nicht einfach sagen, selber schuld. Ich gerade, also ich als Person, ich als der Darsteller der Alpenacademy, der Produzent der Alpenacademy, kann nicht einfach sagen, das ist dann deren Pech. Ich nehme diese Verantwortung definitiv auf mich, ob ich will oder nicht. Und ich will es in diesem Sinne auch, denn natürlich sind diese Inhalte und auch die Texte, die ich schreibe, auch die Nachrichten, die ich schreibe, immer nach bestem Gewissen formuliert, aber auch mir passieren eben Fehler. Und damit komme ich auch zu dieser komplizierten Frage, die ich mir selber stelle. Und das möchte ich deshalb jetzt hier publik machen, weil es ein Hadern ist, das bei mir auch jeden Tag mehr oder weniger stattfindet. Ich frage mich immer wieder, inwieweit ich eigentlich den Menschen helfen sollte, wenn sie Fragen haben zu bestimmten Produkten und so weiter und ob ich sie nicht besser in gewisser Weise dem Schicksal, Versuch und Irrtum überlassen soll. Ich persönlich habe bis heute immer die Entscheidung getroffen, zu sagen, ich glaube, ich kann einen sinnvollen Beitrag zu einer Frage leisten. Nicht, weil ich glaube, dass ich alles weiß, weil ganz oft weiß ich es auch einfach nicht, dann sage ich nichts dazu oder sage, dass ich nichts weiß. Aber immer wenn ich etwas weiß, dann habe ich persönlich das Gefühl, dass es vielleicht den Leuten hilft, wenn ich einen Beitrag leiste. Auf der anderen Seite weiß ich nicht genau, was die Menschen mit meinen Worten machen. Ich weiß nicht, ob sie diese Worte dann als Einzelmeinung werten und sich dann noch auf die Suche gehen nach anderen Meinungen und reflektiert vielleicht auch überlegen, mit was für einem Hintergrund ich das formuliert haben könnte oder was meine Erfahrungswerte eigentlich zugrunde, was meinen Erfahrungswerten zugrunde liegt und so weiter. Oder ob sie es einfach nehmen, als Gesetz gekauft und das, was er sagt, das ist sozusagen definitiv immer richtig. Und das unter Anführungszeichen Schlimme, ich finde es nicht wirklich schlimm, aber es hat mich selber sehr überrascht, ist, dass es tatsächlich mehr Menschen gibt, als ich geglaubt hätte, die genau Letzteres tun. Und ich weiß auch, dass viele Leute, die diesen Podcast hören, genau das tun. Und deswegen muss ich an dieser Stelle auch einen Appell loswerden, der mir selber nicht schwerfällt, weil er eigentlich auch gegen mein eigenes Interesse spricht. Nämlich alles, was ich in Grundlagenkursen erkläre, alles, was ich in Berge im Porträt erzähle, alles, was ich in irgendwelchen Tests erzähle, alles, was ich bei Training für die Berge mache, alles, was ich in Vlogs mache und so weiter, alles, was ich da sage und tue und zeige, wird an meiner Stelle immer mit aller, 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 allerbestem Wissen und Gewissen produziert und veröffentlicht. Aber auch mir, und das habe ich jetzt eben auch dargelegt, passieren Fehler. Und ich bereue diese Fehler und ich bin nicht glücklich und auch schon gar nicht stolz darauf, dass mir diese Fehler passieren. Aber mit diesem Hintergedanken sollte man auch den ein oder anderen Inhalt des Kanals, der Homepage, der Ratgeber und so weiter vielleicht betrachten und analysieren. Man kann und man sollte auch mit den Inhalten, die ich produziere, kritisch umgehen. Nicht unbedingt, weil ich jetzt sage, ich bin ein Idiot, ich rede nur Blödsinn in meinen Videos, sondern weil ich glaube, dass wir generell als Gesellschaft es notwendig haben, wieder kritischer gegenüber allem zu sein, was wir sehen. Gegenüber allem. Gegenüber Leuten, die sich politisch äußern, gegenüber Leuten, die sich gesellschaftlich äußern, sozial äußern oder Leuten, die sich einfach nur zum Thema Bergsport äußern. Ich glaube generell, dass sich die Influencer auf YouTube und auf Instagram im Bergsport viel, viel, viel zu wichtig nehmen und glauben, dass sie einen viel, viel, viel zu großen Beitrag zur Verbesserung am Berg leisten. Ich glaube, dass viele Influencer eigentlich eine Verschlechterung im Bergsport leisten und ich glaube, viele Influencer wissen das einfach gar nicht oder könnten es sich niemals eingestehen, denn damit würde vielleicht ihre Einnahmequelle, vielleicht ihre Existenzgrundlage, vielleicht auch ihr eigenes Bild von Moral und Ethik zerbrechen und das können sie natürlich nicht. Ich bin aber persönlich davon überzeugt, dass viele Influencer der ganzen Branche des Bergsports, vielleicht sogar der Industrie des Bergsports, nein, der Industrie nicht, der Industrie helfen sie, weil Influencer im Prinzip ein Sprachrohr der Industrie sind, aber dem gesellschaftlichen Umgang mit Bergsport eher noch schaden und das wusste ich, als ich angefangen habe, Videos zu produzieren, dass das eben viele tun und dass das oftmals eben einen Schaden anrichtet, was diese, was Leute im Internet publizieren, seien es Influencer oder seien es einfach nur Leute mit vielen Klicks, die eben keine Produkte bewerben oder sonst irgendwie davon profitieren. Ich wollte einfach nur kein Teil davon sein und ich wollte mich insofern eben davon abkapseln und zeigen, dass Bergsport mehr oder weniger auch seriös, ein bisschen unterhaltsam, möglichst informativ und möglichst lehrreich sein kann und ganz ab von irgendwelchen Extremen sein kann und irgendetwas halbherzig machen, sondern immer so gut es geht recherchiert, so gut es geht gezeigt, so gut es geht erklärt und mit diesem Anspruch begnüge ich mich und niemals mit irgendwas weniger oder drunter und natürlich gelingt es mir nicht immer, wie gesagt, aber vielleicht sollten auch andere Influencer mit genau diesem Anspruch an ihre Videos rangehen. Ich glaube nicht, dass es immer nur lehrreich und informativ sein muss, aber wenn man sich überlegt, was es teilweise für Schrott auf YouTube gibt, dann finde ich, könnten wir gerade in der Bergsport-Community hier auch ein Zeichen setzen, indem wir einfach ein bisschen sachlicher an die Themen herangehen und nicht immer nur mit Emotionen und Triggern arbeiten und versuchen irgendwie mit Clickbait und irgendwelchen, ich weiß nicht, Übertreibungen, Dramaturgien, irgendwie noch den letzten Like zu erreichen. Ich finde das alles wahnsinnig verzweifelt und ich möchte eben darauf auch nicht aufspringen. Ich glaube, dass es mir gut gelingt. Es kann auch sein, dass es mir überhaupt nicht gelingt und das einfach nur meine eigene Bubble ist, in der ich da feststecke, aber zumindest will ich mir immer die Mühe geben, dass ich eben nicht auf so eine Art der Kommunikation hinauslaufe, dass meine Inhalte nicht auf so eine Art der Kommunikation hinauslaufen und ich glaube, dass sehr viele Menschen das auch richtig aufnehmen und wahrnehmen. Ich glaube aber gleichzeitig, dass wir gegenüber allen Kanälen, gerade im Bergsport und auch meinem, weil meiner den Anspruch hat, informativ zu sein und das muss er dementsprechend auch sein, wenn ich selber den Anspruch so festlege, dann sollten wir gegenüber all diesen Kanälen inklusive meinem kritischer sein und das kritisch beleuchten und ich will immer noch sagen, ich möchte nicht, dass jemand nicht mehr kritisch ist gegenüber meinen Inhalten. Ich möchte auch nicht, dass jemand aufhört, Kritik gegenüber meinen Inhalten zu äußern, sondern ich möchte in erster Linie, dass alle, die diesen Podcast hören, auch vielleicht das ein oder andere Mal, wenn mir ein Fehler unterläuft, sehen oder jetzt zumindest besser nachvollziehen können, dass ich diese Fehler nicht absichtlich mache und nicht aus einer gewissen Selbstverliebtheit und Überzeugung, dass alles, was ich sage, immer richtig ist und alles, was ich denke, immer richtig ist, sondern dass Fehler einfach im Laufe eines Produktionsprozesses passieren können und ich, sobald ich sie bemerke, definitiv nicht stolz darauf bin und sie definitiv mir einbrenne in mein Gedächtnis und dass ich sie nicht ignoriere und auch nicht die Menschen, die mich kritisieren, ignoriere. In diesem Sinne will ich damit vor allen Dingen heute damit abschließen, dass ich euch vielmals dafür danke, dass ihr mich unterstützt, vielmals dafür danke, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr sie hoffentlich interessant findet, dass ihr jederzeit auch gerne Vorschläge machen könnt, gerne per Mail, an kontakt.alpenacademy.at mir schreiben könnt, wir gerne uns miteinander austauschen können bezüglich diversen Themen. All das ist möglich. Ich hoffe, euch gefallen die Inhalte, die ich auf YouTube publiziere. Sie sind gerade der Podcast nicht immer unstrittig. Sie sind gerade der Podcast nicht immer beliebt. Manchmal mache ich mich mit meinen Podcast-Episoden auch äußerst unbeliebt. Das ist mir bewusst und auch hier stehe ich gerade und auch hier stehe ich für alles, was ich sage gerade. Ich würde übrigens nicht alles, was ich schon mal gesagt habe, will wieder so sagen. Das heißt das nicht. Aber ich sage, dass das, was ich damals gesagt habe, wahrscheinlich eine Intention oder einen Grund hatte, warum ich es so formuliert habe und ich deshalb dahinter stehe. Ich würde aber heute vieles wahrscheinlich auch schon anders sagen, als ich es damals gesagt habe, in gewissen Podcast-Episoden beispielsweise, in gewissen Grundlagenkursen. man wird schlauer, man wird quasi älter und man lernt auch was dazu über seine eigenen Formulierungen und Darstellungsweisen. Denn was viele vielleicht überraschen wird, Videos zu produzieren ist eigentlich so gesehen, vom technischen Aspekt her, nicht schwer. Aber sich zu überlegen, wie man tatsächlich etwas darstellen möchte und es nicht einfach irgendwie zu machen oder einfach irgendwie komplett sinnlos und kontextlos zu machen, das kann sehr kompliziert sein und da gibt es nicht einen richtigen Weg, sondern da gibt es einen Weg, auf dem man sich irgendwann festgelegt hat, dass das funktioniert und dass das eine gute Idee ist und dass man überzeugt ist von einer gewissen Darstellungsweise. Aber das muss nicht immer heißen, dass es immer so bleibt und dass diese Ansicht auch immer so die richtige ist und für einen persönlich auch die richtige ist. In diesem Sinne hoffe ich vielmals, dass ihr mich weiterhin unterstützt und weiterhin meine Videos verfolgt. Ich möchte mich an dieser Stelle auch für schlechte Rat geben, Ratschläge entschuldigen. Ich möchte mich dafür entschuldigen, dass auch mir manchmal Fehler unterlaufen, auch in den Videos, dass ich auch nicht perfekt bin, auch nicht in meiner Darstellungsweise von Inhalten. Trotzdem glaube ich, dass ich selber und ich habe ein gewisses Selbstvertrauen in dieser Sache, keine schlechten Inhalte produziere, keine schludrigen Inhalte produziere, sondern trotzdem mit gutem Gewissen sagen kann, dass obwohl ich noch immer vor einem Videorelease ein gewisses Unwohlsein empfinde, ob dieses Video jetzt das Beste ist, dass es sein kann, trotzdem auch hinter meinen Inhalten stehen kann. In diesem Sinne hoffe ich, ihr habt jetzt noch eine wunderschöne nächste neue Woche und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und bergheil.